Herzlich willkommen zurück. Muss noch was gefegt werden. Sie sprinten gerade so heran. Ja, dann machen Sie das ruhig. Die Zeit haben wir. Daran soll es nicht scheitern, sonst fällt hier nachher noch irgendwer auf die Nase und es werden riesige Versicherungsfälle daraus. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück. Ich freue mich, dass Sie sogar noch zahlreicher als heute Morgen da sind. Das wird immer besser. Kein Wunder. Wir haben ja jetzt auch einen nächsten hochkarätigen Programmpunkt. Ich freue mich sehr, dass Johanna Wanka zu uns gekommen ist, die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Frau Wanka, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Es passt auch deshalb so gut, weil Sie ja diejenige sind, die, wenn man sich die Themenkonjunktur, dieses Themenpakets Bildung, Digitalisierung anschaut, zumindest so im letzten halben Jahr, in diesem Herbst ein bisschen den politischen Aufschlag gemacht haben mit der Ankündigung des Digipakts. Und daraufhin setzen ja dann viele Debatten ein. Wie soll der aussehen? Was wollen wir damit erreichen? Reicht denn das mit den angekündigten fünf Milliarden? Sollten es mehr sein? Wer muss davon profitieren? Alles das natürlich Fragen, die auch hier im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung eine große Rolle spielen. Von daher freuen wir uns sehr, dass Sie da sind, dass Sie ein Grußwort mitgebracht haben, eine Keynote, ein bisschen eine Einordnung. Denn Sie sind ja einer der Player, die in diesem Fall an einer wichtigen Stelle sitzen. Und ich glaube, es gibt viel Spannung und Erwartung hier im Saal. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Frau Wanka. Ja, meine Damen und Herren, danke für die freundliche Begrüßung. Ich wollte jetzt aber nicht über den Digitalpakt reden, sehr wohl aber über unsere Digitalisierungsstrategie. Aber da Sie es angesprochen haben, zwei, drei Sätze dazu. Ich denke, wir haben, was die Veränderung in der Arbeitswelt anbetrifft, sehr viel in Deutschland erreicht. Das Thema Industrie 4.0. Wir haben nach Einschätzung von Experten zwei Jahre Vorsprung vor dem Rest der Welt. So einen Vorsprung kann man ganz schnell verlieren. Das ist überhaupt nichts, auf dem man sich ausruhen kann. Und wir haben, über den Wissenschaftsbereich reden wir ja jetzt, wir haben auch im Bildungsbereich unterschiedliche Projekte. Aber wenn man ehrlich ist, haben wir es nicht in der Fläche. Nicht in der Fläche in Deutschland im Bildungssystem. Und wenn wir das nicht schaffen, dass es in die Fläche kommt, dass es also nicht nur an einzelnen, besonderen Punkten ist, dann verlieren wir. Dann verlieren wir sehr, sehr viel, auch für den Industriestandort Deutschland. Und deswegen die Initiative von Seiten des Bundes, ein Impuls mit, finde ich, richtig viel Geld. In fünf Jahren wird man die besten Vorlesungen der Welt kostenlos im Internet finden. Das hatte Bill Gates prognostiziert. Das war 2010. Ich denke, alle sind hier einer Meinung. Geht ja auch mal. Und so weit ist es nicht gekommen. Aber es steht fest, dass in diesen letzten Jahren sich sehr viel getan hat. Und dass die Chancen, die durch die Digitalisierung, gerade auch für den Wissenschaftsbereich, für den Hochschulbereich bestehen, dass die deutlich geworden sind. Für mich ist immer das ganz Entscheidende, was ich als den Riesenvorteil empfinde, ist die Möglichkeit, noch viel stärker Lehre, auch Lehre in der Hochschule, zu individualisieren. Durch diese Möglichkeiten, aber auch in der Schule. Und ich denke, dass zusätzliche Chancen für das, was immer so als Lehrformel gilt, lebenslanges Lernen, was aber zunehmend wichtiger wird. Und was gerade auch für Deutschland ganz entscheidend ist, lebenslanges Lernen. Ich glaube, wenn wir jetzt, jetzt rede ich wirklich zur Hochschule. Wenn wir uns das anschauen, dann glaube ich, ist es richtig, dass es darum geht, auch in Zukunft darum geht, zu kombinieren, lernen und lehren. Denn die bewerten, ich würde mal sagen, klassischen Formen mit dem, was an neuen Möglichkeiten vorhanden ist. Und es geht nach meiner Sicht überhaupt nicht darum, gegeneinander auszuspielen oder einen Wettlauf zwischen analog, will ich sagen, und digital zu initiieren. Sondern man braucht ein vernünftiges Konzept. Und Digitalisierung ist in der Bildung überhaupt kein Selbstzweck, sondern Ziel neuer Konzepte für Lernen und Lehren und für Prüfen muss es immer sein, sowohl die Leistungsstärke als auch die Chancengerechtigkeit auch im Hochschulsystem weiter zu verbessern. Das heißt, im Sinne einer Medienbildung müssen wir ausgehen vom didaktisch Sinnvollen und nicht vom technisch Machbaren. Das sind für mich zwei verschiedene Pole. Natürlich muss man schauen, was ist machbar, aber didaktisch Sinnvoll, dann entscheiden, was geht. Und ich glaube, das gilt als Prämisse nicht nur im Hochschulbereich, sondern generell im Bildungssystem. Und wir haben in dem, was wir aufgeschrieben haben, als Strategie, als Bildungsoffensive von unserem Haus, was wesentlich mehr ist. Der Digitalpakt ist eine sehr wichtige Komponente, das auch verankert. Wie verändert die Digitalisierung den Lernort Hochschule und wie gelingt Digitalisierung am besten? Das waren die Ausgangsfragen, die bei dem Hochschulforum Digitalisierung Anfang 2014 gestellt wurden und wo inzwischen rund 70 Experten Antworten gefunden haben, Antworten gegeben haben, sehr differenzierte, auch zum Teil sehr unterschiedliche Antworten in Workshops, auf Plattformen, in verschiedenen Veranstaltungen. Und der Abschlussbericht liegt heute vor und ich glaube, er bietet eine sehr aufschlussreiche Zusammenfassung für eben auch die Diskussion, die Debatten heute hier und dann in Zukunft. Und ich denke, in diesen wenigen Jahren hat sich in der Hochschulpolitik, aber auch in den Hochschulen vieles bei dem Thema bewegt. Und wenn man sich das heute anschaut, dann glaube ich, kann man sagen, dass die Digitalisierung an den Hochschulen weltweit Fahrt aufgenommen hat, aber Hochschullehrer eben nicht mehr nur bedeutet, wie das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war, eine Online-Anmeldung für Kurse, ein Herunterladen von PowerPoint-Geschichten, sondern sehr viel mehr. Ob nun Lehrvideos, individualisierte Aufgaben, aber eben auch die MOOCs. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und wir haben die amerikanischen und die asiatischen Hochschulen, die darauf sehr viel stärker setzen, die dort auch sehr viel stärker schon in der Umsetzung sind, wo es digitale Lehrumgebungen, digitale Lernumgebungen anbetrifft. Und es gibt bereits Institute, die Vorlesungen und Prüfungen ausschließlich im Netz verfügbar machen. Die Online-Akademie UCT ist ein Beispiel. Die wurde übrigens von einem gebürtigen Deutschen, das ist ja oft so, gegründet, der dann in Stanford Professor Sebastian Thrun und betreut drei Millionen Studierende weltweit. Wobei, als das losging mit den MOOCs, hatten wir so Debatten, dass das unser ganzes Hochschulsystem total verändert, dass das überhaupt nicht mehr Bestand hat, was bisher ist. Das hat sich so nicht realisiert. Das hat sich auch in den USA nicht so realisiert. Und ich glaube, weil sozusagen die Idee, dass die Geschäftsidee dahinter nicht vorhanden war. Aber diese MOOCs haben natürlich unwahrscheinliche Wirkungen, wenn es zum Beispiel darum geht, im indischen Bereich Talente anzuziehen oder anderes. Also es ist für mich ein Beispiel, dass nicht alles, was man im ersten Moment denkt, radikal sich verändert, dass es aber schon wichtige, große Vorteile hat, wo wir auch aufpassen müssen, dass die uns nicht verloren gehen, sondern dass wir die auch nutzen in unserem Bereich. Es wurden und werden Ideen und Konzepte entwickelt und im Hochschulalltag erprobt. Ich nenne mal ein, zwei, drei Beispiele. Zum einen die sechs öffentlichen Hamburger Hochschulen und das Universitätsklinikum haben zusammen mit Partnern, zum Beispiel mit Multimediakontor oder der Senatskanal in Hamburg, das Projekt einer offenen Online-Universität initiiert in diesen Jahren. Lübeck war ja als Fachhochschule schon in den 90er Jahren, als es losging dort unter dem Schlagwort virtuelle Hochschule, waren sie von Anfang an Vorreiter, haben sehr viel gearbeitet und bieten an Online-Studiengänge für ausländische, internationale Studierende. Oder die Aachener Hochschule arbeitet in einem virtuellen Raum, in dem eben Doziermethoden, analoge, digitale Lern- und Lehrmethoden ausgearbeitet und erprobt werden können. Und ich denke, die Konferenz heute hat auch den Zweck, sich zu informieren und andere Konzepte und Projekte kennenzulernen. Und es sind auch Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen hier, die jüngst über das Förderprogramm Curriculum 4.0 des Stifterverbandes und der Carl Zeiss Stiftung ausgezeichnet wurden. Und ich habe mir das angeschaut, das sind schon wirklich sehr, sehr interessante Projekte. Und in Deutschland sind wir ja immer stark darin, Geld zu akquirieren für Projekte. Aber dann, wenn etwas sich bewährt hat, wenn etwas vernünftig ist, das dann auch mal weiterzutragen, da sind wir nicht so gut. Und deswegen glaube ich, dass auch eine solche Veranstaltung da an dieser Stelle nutzen kann. Wir haben also, wenn man jetzt in die Hochschullandschaft schaut, mittlerweile einen bunten Strauß von Möglichkeiten. Das ist lobenswert. Aber was man sagen muss, was uns fehlt in Deutschland, ist wirklich ein struktureller, ein flächendeckender Wandel in der Hochschullandschaft insgesamt. Den haben wir nicht und der ist auch nicht ohne weiteres in Sicht. Und ich möchte drei Bereiche ausführen, die durch die Studien des Hochschulforums näher erforscht wurden und die Ergebnisse aufweisen, die man zum Teil nicht so erwartet hat, die, glaube ich, interessant sind und die genutzt werden sollten. Erstens zum allgemeinen Digitalisierungsgrad der deutschen Hochschulen. Ja, da kommt das zum Tragen, was man auch ohne Untersuchung vermutet hätte, dass die Bereitschaft an den Hochschulen unterschiedlich ausgeprägt ist, sich zu verändern. Und dass das nicht nur bei den Hochschulen unterschiedlich ausgeprägt ist, sondern innerhalb einer Hochschule auch zum Teil von Studiengang zu Studiengang natürlich differenziert. Fast drei Viertel der Hochschulen reichern ihre Lehre bereits durch digitale Elemente an. Über ein Drittel hat einen Blended Learning Ansatz als Leitidee. Und 15 Prozent sehen in der digitalen Lehre kein strategisches Ziel. 15 Prozent, das ist, wenn man das umrechnet, ganz schön viel. Und es gibt zwei Prozent der befragten Hochschulen, die gänzlich auf diese Dinge verzichten und das auch in Zukunft verzichten wollen. Das heißt, wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, kann man sagen, dass die deutschen Hochschulen die Digitalisierung aktiv nutzen, aber dass das Groß noch im Experimentieren mit den digitalen Formen des Lehrens und Lernens sich befindet. Dabei werden viele Vorteile gesehen bei der Gestaltung von Infrastrukturen wie Campusmanagement, Lernplattformen oder Netzwerke. Wenn es um die Lehre selbst geht, agieren die Hochschulen zurückhaltender. Erst 42 Prozent der Hochschulen betrachten die digitale Lehre als Instrument, um eben den Studienerfolg, um die Qualität, um auch Vereinbarkeit von Studium und Familie zu verbessern, zu erhöhen. Und ich glaube, das ist nicht zufriedenstellend. Wenn sozusagen in dem Kernelement Lehre und Forschung, wenn in der Lehre eine solche große Distanz zu dem Thema besteht. Und das erscheint vor allen Dingen auch deshalb nicht zufriedenstellend, weil eben schon eine Menge von digitalen Instrumentarien auf dem Markt ist. Das ist verfügbar. Und das ist auch nicht zufriedenstellend, wenn wir den Blick auf die internationale Szene richten. Und das ist auch nicht zufriedenstellend, wenn wir an das Thema Arbeitswelt von morgen, Arbeitswelt 4.0 denken. Dann kann es nicht sein, dass man so abstinent mit diesem Thema umgeht, in der Erwartung, dass dann, wenn der Ingenieur, der Architekt rausgeht, die Welt plötzlich eine ganz andere ist, in der er sich bewegen muss. Der zweite Punkt, wo das Hochschulforum sich es genauer angeschaut und interessante Ergebnisse hat, ist die Perspektive der Studierenden. Das heißt also, welche Erwartungen haben die Studierenden selbst bei diesem Thema? Die meisten Studierenden heute sind junge Menschen, die damit aufgewachsen sind, mit den Möglichkeiten digitalen Medien, die das intensiv nutzen im privaten Bereich, die alle natürlich Internet, Smartphone, sich gar nicht mehr vorstellen können, dass wir auch nicht schlecht gelebt haben, als es das noch nicht gab. Deswegen will ich nicht darauf verzichten. Aber das ist sozusagen eine Generation. Und die Frage ist, ob das, was sozusagen im normalen Alltag gang und gäbe ist, ob das dann auch automatisch sich überträgt auf die Lernweise und auf die Arbeitsweise in der Hochschule, im Studium. Und das war eine der zentralen Fragen, die untersucht wurden. Und das Ergebnis überrascht. Das Ergebnis überrascht. Es wurden ausgewertet Einschätzungen von 27.000 Studierenden, also eine ordentliche Kohorte, aus 153 Hochschulen und elf Fachgebieten. Also auch ein breites Spektrum. Natürlich die Informatik dabei, aber auch ganz andere Themen. Und das Ergebnis zeigt, dass diese jungen Leute, wo immer gesagt wird, die sind ja viel weiter als die Lehrer etc., dass diese jungen Leute im Studium bei der Nutzung digitaler Medien sehr, sehr konservativ agieren. Und das fand ich überraschend. Das heißt, wir haben ja immer das Bild, dass die heutigen Studenten vielseitig orientiert sind, sehr technikaffin sind, sich aus dem umfangreichen Angebot das herausschneiden und suchen, was für ihr individuelles Lernportfolio wichtig ist. Und dieses Bild wird durch die Untersuchung nicht bestätigt. Das heißt, die private Nutzung digitaler Medien übersetzt sich nicht automatisch in das Lernverhalten, in den Hochschulalltag. Digitale Lehre scheint dann zu funktionieren, wenn man einen Professor oder einen Assistenten hat, einen Lehrenden, der das proaktiv einführt. Dann ist die Wirkung da und dann steckt ja, wenn es gut geht, auch eine pädagogische Haltung, ein pädagogisches Konzept dahinter. Und diese Abhängigkeit des Digitalisierungsgrades vom Angebot wird auch deutlich bei der Befragung am Beispiel der Informatikstudiengänge, so sollte man es eigentlich nicht vermuten, und der medizinischen Studiengänge. Da, wo die digitalen Medien obligatorisch zum Beispiel im Medizinstudio zu finden sind, ist die Verbreitung bereits heute auch sehr hoch und es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Das war allerdings erwartbar zwischen den Fächern. Und ein ähnliches Ergebnis hat sich ergeben bei einer Untersuchung, die wir von meinem Haus aus haben machen lassen, im Bereich der beruflichen Bildung. 3000 Betriebe in Deutschland, mittlere, also von kleinen bis größeren, nicht die ganz großen, inwieweit sie die digitalen Möglichkeiten nutzen in der beruflichen Bildung. Da kann man sagen, ja, über 90 Prozent, fast alle nutzen es, aber wenn man genauer hinschaut, wird es in den gängigen Bereichen, dass man ins Internet guckt, dass man Angebote entsprechend erstellt, aber es wird sehr wenig wirklich genutzt angesichts der Möglichkeiten, die dort schon vorhanden sind. Und auch dort war die Frage, wie weit die Berufsbildner zufrieden sind mit den Kenntnissen der jungen Leute. Und dieses Klischee, die jungen Leute sind viel besser und es gibt die Hemmung bei den Lehrenden, hat sich auch dort nicht bestätigt, sondern es gab große Mängel von Seiten der Berufsausbilder, was den Kenntnisstand der jungen Leute anbetrifft, weil es eben nicht nur darum geht, ein Smartphone oder was anderes bedienen zu können. Das heißt, die Studie des Hochschulforums verdeutlicht, dass wir in Deutschland einerseits über eine punktuelle Anreicherung der Lehre durch digitale Medien hinwegkommen müssen, in der Schule, aber eben auch in der Hochschule. Andererseits, dass wir, und das denke ich ganz konsequent, bei dem Prinzip bleiben müssen, dass die Didaktik die Technologie führen muss und nicht umgedreht. Und der dritte Aspekt ist die Internationalisierung. Wir sind gut, was Internationalisierung anbetrifft in Deutschland, was die, ja, ist klar, DHD nickt. Ich ärgere mich darüber immer, nicht nicht über DHD, selten, also das ist jetzt, Frau Rühland, überhaupt kein Thema. Nein, ich ärgere mich über die Wahrnehmung, auch bei wichtigen Männern schon in der Wirtschaft, mit denen man zu tun hat. Lieber Jörg Tiger, wir hatten doch Situationen Ende der 90er Jahre, wo es wirklich so war, dass wir ständig diese Breitseite abbekommen haben, dass die guten Leute alle weggehen und dass wir nicht zu uns kommen. Also das war massiv und berechtigt, dass sich das total geändert hat. Das ist bei vielen überhaupt noch nicht angekommen. Da sind viele Faktoren, warum das so ist. Aber die Presse schreibt dann vor nicht allzu langer Zeit, es stagniert, wie viele Studenten ins Ausland gehen, bei 30 Prozent. Und dazu will ich mal sagen, in den USA sind es 10 Prozent. Ist nicht zu verwunderlich, USA ist groß, da geht man von West nach Ost und muss nicht unbedingt vielleicht das Riesenland verlassen. Aber wenn Sie die Niederlande ansehen, als ein kleines Land, was ja schon immer international agieren musste, die streben an, in den nächsten Jahren auf 20 Prozent zu kommen. Und wir haben jetzt 37 Prozent, die unterschiedlich lang rausgehen. Das heißt, es ist ein sehr klasse Ergebnis. Und deswegen will ich sagen, also Internationalisierung sind wir im Moment auf einem guten Weg. Wir haben uns noch ein bisschen mehr vorgenommen. Jeder Zweite ist die Zielzahl Bund und Länder. Und da zeigen die Studien des Hochschulforums, dass die Digitalisierung ganz entscheidend dazu beitragen kann, dass Internationalisierung wirklich ein zentrales Element im Studium wird. Weil wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man im Ausland ist, dann zum Teil Online-Angebote oder über Online-Anprüfungen weiterhin an der Heimathochschule teilzunehmen, dann ist die Bereitschaft natürlich sehr viel größer. Aber auch die, die nicht rausgehen, wenn ich das so lax sagen kann, können interkulturelle Erfahrungen machen über die Möglichkeiten der Digitalisierung. Aber es gibt natürlich auch Grenzen. Das, was ein Auslandsaufenthalt bedeutet in Praxi, kann überhaupt nicht ersetzt werden durch die digitalen Angebote, sondern das ist immer noch eine Qualität, die für das Leben, für auch die berufliche und für die individuelle Entwicklung wichtig ist. Das heißt, die Digitalisierung kann bei der Vorbereitung und bei der Nachbereitung von Auslandsaufenthalten für natürlich nicht nur Studenten, sondern Wissenschaftler enorm wichtig sein. und ist dort ein zentrales Element, was uns dazu bewegen sollte, dass man in den Hochschulen die Internationalisierung strategisch mit der Digitalisierung wirklich verbindet. Alle drei Untersuchungen haben die Erkenntnis, dass nicht das umfangreiche im Netz frei verfügbare Angebot digitaler Lernformate so verlockend ist, sondern dass eben die Verbindung mit dem Curriculum, mit dem Lehrenden, der es einführt, der es wertschätzt, die organisatorische Verankerung im Studium, das ist das, was dann wirklich Effekte bringt. Wir brauchen also ein klares Bekenntnis der Hochschulen und ihrer Lehrenden, nicht nur zur fakultativen Anreicherung, wir nutzen ja einmal jetzt das und das Video, sondern wirklich zum strukturellen Einsatz moderner digitaler Lernformate in der Hochschulbildung. Auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt werden natürlich mehr digitale Kompetenzen gefragt, aber was vor allen Dingen gebraucht wird, ist Orientierungssinn, ist Flexibilität, ist interdisziplinäres Denken, sind Fähigkeiten, damit man wirklich hochgradig vernetzt, auch durch die modernen Möglichkeiten arbeiten kann und damit man dem technologischen Fortschritt nicht hinterherläuft, sondern dort wirklich sozusagen auf dem Niveau ist. Wir fördern den digitalen Wandel von Seiten der Bundesregierung im Bildungssystem, damit die Chancen für den Einzelnen gestärkt werden. Und ich kann das ja mal hier zugeben, dass ich auch jemand war, der nicht nur, weil ich in der Partei bin, sondern konservativ bin und deswegen auch eine gewisse Skepsis hatte und immer ein bisschen skeptisch bin, wenn es dann so ein Hype ist. Also ich habe es, weil ich so alt bin, schon erlebt, dass dann wieder mal so eine Phase war, alles wird verändert und meistens war die Umsetzung sehr viel bescheidener oder manches hat sich gar nicht bewährt, sodass ich auch in den letzten Jahren manchmal skeptisch war, aber jetzt fest davon überzeugt bin, dass wir Dinge ansetzen, virtuelle Hochschule, haben wir schon in den 90er Jahren versucht, hat nicht funktioniert, dass aber durch die Möglichkeiten jetzt, durch die rasante Entwicklung eine ganz andere Basis ist. Und dass das nicht dazu verleiten darf, zu sagen, das hat ja noch nicht funktioniert und es bleibt klassisch, sondern dass wir sozusagen eine Sprungsituation haben. Und weil ich gerade Jörg Dregger angesprochen habe, er hat mich ja dann mal überzeugt, mir ordentliche Lernsoftware anzuschauen und habe ich in meinem Fach gemacht, also in Mathematik, was ganz klassisches, Satz des Pythagoras, war wirklich klasse, dass man damit individualisiert Unterricht machen kann, dass man deswegen trotzdem noch die schöne Tafel und das benutzt, dass man aber es möglich hat, die, die es pfiffig sind, die es gleich kapiert haben, sofort weiter zu fördern und die anderen, ohne dass sie vorgeführt werden, die es nicht kapiert haben, die länger brauchen, dann Unterstützung bekommen. Also das ist aber natürlich teure Software, die richtig gut ist, das ist ja nicht so ein bisschen Illustrieren von Beispielen und aus diesen Überlegungen ist dann auch die Idee Schul-Cloud, also als erster Schritt einer Bildungs-Cloud, dass man anspruchsvolle, qualitätsgesicherte Dinge zugreifbar macht für alle Schulen. Und dazu braucht man die Server und die technischen Standards und das sind so Punkte, über die wir, Generalsekretär der KMK, diskutieren werden. Ich glaube, dass der IT-Gipfel gut war. Beim IT-Gipfel gab es ja jedes Jahr ein Thema, letztes Jahr Industrie 4.0 mit der Karte und mit den Beispielen und wir haben gesagt, wir müssten eigentlich das Thema Bildung auf einem IT-Gipfel in den Mittelpunkt rücken und das wurde dann auch beschlossen und dann waren wir ein bisschen verzagt, ob wir was hinkriegen innerhalb einer kurzen Zeit und dann nicht nur sagen, wir haben Strategien und Konzepte und Papiere, sondern auch irgendwas, was ein bisschen, man will ja auch immer, dass etwas anfassbar ist und ich bin sehr zufrieden, also Smart School, Schulcloud, das sind Dinge, die, glaube ich, jetzt in der allgemeinen Diskussion sind und auch das Thema Open Data. Im Bereich der Hochschulen haben wir die Förderung des Forschungsfeldes digitale Hochschullehre, wobei wir, wenn wir darüber reden, wie kann man pädagogisch sinnvoll in der Hochschullehre die Möglichkeiten einsetzen, nutzen, dann brauchen wir auch wissenschaftliche Ergebnisse, gesicherte Erkenntnisse, vor allen Dingen, was auch Qualität dann bedeutet und es muss auch über die Wirkung und die Wirksamkeit der digitalen Angebote geforscht werden. Das, glaube ich, leisten wir vonseiten des Bundes mit auch ausreichenden finanziellen Ressourcen in dem Forschungsfeld digitale Hochschullehre. Das ist also etwas, was zur Verfügung steht. Und das Hochschulforum Digitalisierung leistet dafür, für dieses wissenschaftliche Versuchen zu erproben, einen wichtigen Beitrag. Und ich glaube, der Abschlussbericht und die Arbeitspapiere demonstrieren das. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei den Experten, die diese Themengruppen des Hochschulforums sozusagen bearbeitet haben, dort gearbeitet haben, aber eben auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Wir haben das Hochschulforum gefördert und ist klar, wir fördern das auch weiterhin, kann ich an dieser Stelle sagen. Wir hatten letzten Freitag Abschlusshaushalt, Bundeshaushalt. Und Sie wissen, dass seit 2005, seit Angela Merkel Kanzlerin ist, der Etat für Bildung und Forschung jedes Jahr gewachsen ist. Auch in der Finanzkrise, auch in der Wirtschaftskrise. Und das ist in anderen Ländern überhaupt nicht so. Wir reden jetzt nicht über Spanien oder Griechenland, sondern zum Beispiel, wenn man nach Großbritannien schaut, dann sieht man eindeutig, wie es das verändert hat, auch in den USA in den Jahren. Die militärische Forschung, das ist okay geblieben, aber in dem anderen Bereich waren es Wellenbewegungen. Und wir haben Jahr für Jahr eine Steigerung. Und ich hatte Angst oder Sorge, als ich 2013 in das Amt kam, dass wenn man Jahr für Jahr eine Steigerung hat, dann wird der Gradient ja mal ein bisschen, also nicht mehr so steil. Das ist irgendwo klar. Und ich kann eine sehr schöne Zahl nennen. Wir haben in dieser Legislaturperiode, was mein Etat, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung anbetrifft, eine Steigerung um 27,4 Prozent. Also von einem hohen Niveau noch mal mehr als ein Viertel. Deswegen ist Geld trotzdem immer ein Problem. Also es könnte noch viel mehr sein, das ist klar. Aber wichtig ist, wofür setzen wir es ein? Und ich glaube, gerade im Bereich der Hochschulen ist nicht so wie der Digitalpakt, aber das ist ein Thema, wo wir wissen müssen, was sind die Stellen, an denen wirklich vielleicht ein Impuls auch von Seiten des Bundes in den nächsten Jahren notwendig ist. Es geht nicht um irgendwelche Gießkern der Flächendeckung, sondern es geht darum, was wäre ein Impuls. Beim Digitalpakt denke ich, das ist ein Impuls bundesweit für alle Schulen. Und im Bereich der Hochschule müssen wir, und da wollen wir auch die Anregungen, die von dieser Tagung aussehen. Es gibt nicht die digitale Hochschule, das ist, glaube ich, trivial. Angesichts der Vielzahl und der breiten Fächerung der Hochschullandschaft müssen die Wege, können die sehr unterschiedlich sein. Aber es geht nicht nur darum, autonom überall Insellösungen zu kreieren, sondern wir müssen auch Mindeststandards haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Cloud-Lösungen nachdenken, dass die dann wirklich auch verfügbar sind. Und wir müssen auch, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis haben, was wir erreichen wollen, weil dann sind wir auch im politischen Verteilungskampf stärker, um die entsprechenden Mittel, die man dafür braucht, zu akquirieren. Und der Bewusstseinswandel, und da meine ich jetzt nicht die zwei Prozent der Hochschulen, die gesagt haben, interessiert uns nicht und auch nicht die nächsten Jahre, der Bewusstseinswandel, den die Digitalisierung in Wissenschaft und Forschung als eine Riesenchance und nochmal einen Schub zu begreifen, den müssen wir versuchen, allgemein zu verankern. Ich glaube, dass wir Mindeststandards und kompatible Prozesse brauchen. Cloud-Lösungen im Hochschulbereich, glaube ich, sollte man auch so in Erwägung ziehen, ohne dass da irgendwas an Autonomie und Flexibilität eingeschränkt wird. Und eine Bitte habe ich gerade auch in der Runde, dass wir nicht so lange darüber diskutieren, wer etwas machen muss, sondern wichtiger ist, was passieren muss. Und dann kann man gucken, wie bekommt man das geregelt. Zuerst das Wer, wer finanziert, was sind heillose, lange Ellen, lange Diskussionen. Wenn klar ist, was und wenn ein strategischer Ansatz ist, der von vielen getragen wird, dann ist die Chance, auch das Wer zu erreichen, also in dieser Reihenfolge. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, das ist der Punkt Datenschutz und Datensicherheit. Ich glaube, dass die Empfehlungen vom Rat für Informationsinfrastrukturen, die in dem Punkt angesprochen wurden, es wurde dort thematisiert als rechtspolitisches Schlüsselthema, wichtig, das Thema Datensicherheit ist unterbelichtet in Deutschland, ist in vielen Firmen unterbelichtet. Und wenn ich Ihnen nenne, wie viele Krankenhäuser Hackerangriffe haben mit Erpressungsgeschichten und anderem, wenn eine große Firma den Hochofen unkontrolliert zurückfahren musste, weil ein Hackerangriff in das System gelungen war, ich will gar nicht Zahlen nennen, das macht einem so viel Tausend bei der Telekom oder so etwas täglich, dann ist dieses Thema Datensicherheit auch in vielen Betrieben, ist es nicht klar, war überhaupt ein Angriff. Und in den Hochschulen ist es auch, wenn es um Lehre und Ähnliches geht, wenn es um sensible Daten von Studenten geht, ein wichtiges Thema, vor allen Dingen, weil diese Dinge über Jahre gespeichert werden und weil man dafür Sorge tragen muss, dass, ich will es mal lax sagen, Studenten, die schlecht sind, können wunderbare nachher im beruflichen Leben exzellent sein und ein Zugriff auf diese alten Dinge wäre absolut kontraproduktiv. Und deswegen ist das Thema Datensouveränität als überfassenden Begriff, den wir auf dem IT-Gefühl intensiv diskutiert haben, hier auch ein Thema. Und ich glaube, dass wir einerseits wollen nicht zu viel an Dateneinschränkungen, damit die Daten im Wissenschaftsbereich wirklich effektiv genutzt werden können. Uns wird ja vorgehalten, dass es eine Ressource ist, die wir in Deutschland überhaupt nicht genügend nützen. Und wenn ich jetzt mal ins Wirtschaftliche gehe, Deutschland ist das Land, was jetzt knapp hinter den Chinesen im Export von Hightech-Gütern Weltspitze ist und wir sind der Weltmeister in der Sensorik. Alles, was wir irgendwie rausstecken, ist bestückt mit Sensoren. Und aus diesen vielen Daten viel, viel mehr zu machen, das ist etwas, was uns noch nicht gelungen ist, wobei wir im Moment nicht mehr den Hype haben, dass das alles ganz eng und wenig Daten und gesichert sein muss, sondern sozusagen die richtige Balance zwischen Sicherheit und Verfügbarkeit. Das ist ein Thema. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit hier auch heftige Diskussionen haben in Deutschland, wenn es darum geht, und das steht jetzt an, wie sich Öffnung, Datenschutz und Privatsphäre in Einklang bringen lassen. Im Rahmen der Debatte der Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung auf nationaler Ebene. Wir haben in dieser EU-Regelung nicht alles das reingekriegt, was wir als Deutschland wollten, aber jetzt ist es da und das muss umgesetzt werden. Und das wird sicher in der Wirtschaft heftig diskutiert. Und ich wünsche mir, dass dort eine hohe Sensibilität ist für den Hochschulbereich, dass wir dort also aufpassen und nicht erst dann, wenn die Umsetzung erfolgt, das Gesetz schon fast im Bundestag vorliegt, dann kommt, da passiert das und das, sondern dass das jetzt ein Punkt wäre, wo man sich auch von der Hochschulseite insgesamt sehr stark einklinken muss. Ja, meine Damen und Herren, bei der traditionellen Bildung hängt sehr viel davon ab, von den richtigen Methoden und den Konzepten, von der Umsetzung in der Praxis, davon ab, ob die Lehrenden begeistert sind und die Lernenden begeistert werden können. Und ich finde, das ist in der digitalen Lehre ganz genauso. Auch dort ist es wichtig und es ist schon viel getan worden für die Modernisierung der Hochschulen, aber ich glaube, es bleibt noch sehr viel mehr zu tun. Und deswegen wünsche ich uns allen eine interessante Diskussion, dass alle etwas mitnehmen können, ruhig, richtig, mit heftigem Schreit, Hauptsache, wir kommen ein Stück weiter. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben. Applaus 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 Vielen Dank.